Prasarita Pada Vrishjikasana ist der Skorpion mit gespreizten Beinen. Du kommst zunächst zum Skorpion und wenn du im Skorpion bist, Vrishjikasana, gibst du die Beine so weit auseinander, wie du kannst. Im Skorpion kannst du die Spreizflexibilität gut entwickeln, weil eben die Schwerkraft dir hilft. Gleichzeitig ist es natürlich ein gutes Training für den Gleichgewichtssinn und für die Arm- und Schultermuskeln.